Willkommen Fußballfreunde zur Voranalyse des Champions League Halbfinals und zwar Bayern München gegen Olympique Lyon, das Ganze in Portugal ausgetragen, Freunde. Wir sind gehypt, Chimmy ist zugeschaltet, wird auch gleich seine Meinung sagen, was er glaubt, wie das Ganze ausgeht. Lyon ist die Überraschungsmannschaft, die noch drin ist. Sie haben Juventus Turin und Ronaldo geschlagen, hätte niemand gedacht. Sie haben Pep Guardiola, Kevin De Bruyne, Sterling, sie haben Man City, die mit die Top-Favorite auf die Champions League, haben sie komplett überraschend rausgeworfen. Ich war wirklich überrascht davon und jetzt spielen sie gegen die übermächtigen Bayern. Normalerweise würde man denken, jetzt ist Endstation, aber bei Lyon habe ich das Gefühl, man weiß es nie so ganz. Und bevor, Chimmy, du was sagen darfst, gibt es noch kurz vor mir die Aufstellung der Bayern, die wir für euch natürlich vorbereitet haben, wie wir glauben, wie sie aussehen wird. Wir denken, Flick wird es beim Altbewährten belassen. Neuer im Tor, in der Kette Alphonso Davies, Alaba Boateng und Kimmich. Auf der Doppelsechs Goretzka Thiago, davor Thomas Müller, der Raumdeuter, wie wir ihn auch nennen. Und dann haben wir auf den Außen, haben wir Knabry rechts und wahrscheinlich Perisic links oder Koman, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich denke Perisic und vorhin natürlich Lewandowski. Die Frage an dich, Chimmy. Würdest du irgendwas ändern, irgendwen raus, irgendwie wen schon gar fürs Finale, wenn man ein bisschen überheblich sein will, was würdest du tun? Ach, wir haben ja ein bisschen über WhatsApp diskutiert und du hast auch gesagt, never change a running system. Und ich glaube, da wird Hansi Flick auch drauf, ja, seine Mannschaft aufbauen. Sie haben sich gegen Barca super bewiesen. Ich wüsste jetzt keinen Grund, wieso man da viel austauschen sollte. Perisic, ja, da hat man am Anfang gegen Barca gesagt, ja, hätte man nicht vielleicht Koman spielen lassen können. Super Koman, ja, Super King meine ich natürlich. Ja, muss man nicht machen. Ich finde, Perisic hat sich gut bewiesen. Den kann man auf jeden Fall reintun, den alten Kroaten. Den guten Kroaten, den guten alten Kroaten, auf jeden Fall. Du bist dein Lieblingsspieler von Kroatien, oder? Ja, auf jeden Fall, der ist mir sehr sympathisch, sehr, sehr zuverlässig. Ja, dementsprechend, ich glaube, da wird man keine großen Überraschungen erwarten dürfen. Ja, also ich glaube auch, Flick wird ungefähr auf die Elf setzen, die er letztes Mal vertraut hat. Warum sollst du bei einem 8-2 irgendwas wechseln? So, auf der Bank hast du zwar noch einen Süle, den könntest du für Boateng bringen. Der hat jetzt nicht so ganz geglänzt gegen Barca, aber ich denke mal, er wird auch das nicht verändern. Ich glaube, so als Trainer, du willst am besten gar keine Unruhe reinbringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da jetzt irgendwas wechselst, weil am Ende dann... Süle ist zwar auch natürlich ein super starker Innenverteidiger, vielleicht stärker als Boateng, aber jetzt nicht ganz so eingecroovt wie Boateng. Gegen Chelsea hat er gespielt, dann ziemlich viel. Da hat er es gut gemacht, aber trotzdem, ich würde nichts daran ändern. Coutinho ist auf der Bank, der an drei Toren beteiligt war gegen Barca. Würdest du ihn mal spielen lassen für Müller oder so? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube, so wie die voraussichtliche Aufstellung ist, ist das die beste Chemie auf dem Platz, würde man in FIFA Ultimate Team sagen. Ja, sehe ich auch so. Und von der Bank kannst du eben auch nochmal bringen. Wenn es nicht läuft, kannst du Coutinho einfach nochmal werfen. Du kannst Command bringen. So, er hat so ein paar offensive Optionen. Wobei, was mir immer so ein bisschen fehlt bei den Bayern, das ist jetzt wirklich so Kritik auf ganz hohem Niveau, dass wenn jetzt zum Beispiel Lyon richtig mauert, und das werden sie tun, sie werden sie wahrscheinlich mit einer Fünferkette verteidigen. Ich glaube, sie werden aus dem Spiel vom Barca lernen, die Fehler vom Barca nicht wiederholen. Das glaube ich auch. Ich glaube, die werden ganz anders auftreten. Also, da können die Bayern nicht so leicht hinter die Kette kommen. Das wird dann nicht so einfach gehen. Die werden sich hinten reinstellen. Da wirst du wieder nachher, ich sehe schon, Schimmi, du wirst im emotionalen Talk, danach wirst du wieder sagen, die haben sich hinten reingestellt. Das ist aber nicht mal ein Fußballspiel. Olympically, ja, die müssen hier aber Hurra-Fußball spielen gegen die Bayern. In dem Fall müssen sie es tun. In dem Fall müssen sie es tun. Ja, also siehst du auch einen, dass heute das in Ordnung ist, sich da mal hinten zu verschanzen? Ja, gegen solche übermächtigen Bayern, da musst du es fast machen. Also, da einen auf Offensiv Macker zu machen, ist ein Selbstmord. Das ist wie bei FIFA früher, wo du immer Abwehrriegel hinten reingestellt hast, so mit Fünferkette. Sag der Richtige, sag der Richtige. Das Schimmi hat früher immer mich ausgekottert, der sich immer hinten reingestellt bei FIFA, Leute. Sagt der, der Penalte nimmt, da wäre egal. Okay, gut, diskutieren wir später aus. Ja, bei Lyon, finde ich, ist so ein kleines Problem, meiner Meinung nach, der Keeper, Lopez, ist im Tor. Lopez ist mir so ein bisschen negativ aufgefallen, der hat zwar auch mal ganz gut gehalten gegen Man City, aber zum Beispiel dieses Tor von Ronaldo, von Juve, da war er für mich so relativ unsicher. Hätte man eigentlich halten müssen, diesen Fernschuss von Ronaldo, vielleicht erinnerst du dich noch dran. Der kam auch in ein paar Situationen gegen Juve, kam er mir so ein bisschen unsicher vor. Also, Lopez, ob es jetzt der Keeper ist, mit dem du die Champions League holst, ich weiß es nicht. Vielleicht wächst er auch über sich hinaus. Aber heute kommen Leute wie Lewandowski, wie Thomas Müller, die haben alle einen guten Abschuss. Auch mal ein Kimmich kann man abziehen, ein Alaba, keinen Freistoß schießen. Also, da können heute wirklich irgendwie Bälle um die Ohren fliegen. Ich bin gespannt, ob Lopez das aushält. Da bin ich wirklich gespannt. Ja, wobei man sagen muss, der Distanzschuss vom lieben Penaldo, der kam auch richtig überraschend. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das einfach ein bisschen schlecht gelaufen ist für ihn. Wer weiß, vielleicht hat er sich jetzt gut mit den Verteidigern einspielen können. Das ist ja auch wichtig, dass das der Keeper macht und die Verteidiger das auch können, mit dem Keeper zusammenspielen. Es muss ein gutes Gespann abgeben und vielleicht ist er jetzt soweit. Man muss ihm eine Chance geben. Das stimmt. Natürlich, bei einem Fernschuss ist es ganz besonders wichtig, wie die Verteidiger agieren. Spaß beiseite. Ja, nee, ich gebe dir recht. Ich bin da vielleicht ein bisschen fies manchmal. Ein bisschen habe ich hier ein hohes Niveau. Aber ich meine, es ist das Halbfinale der Champions League. Wenn nicht hier, wo sonst sollten wir die Messlatte hochsetzen? Wo sonst? Ja, sie haben auch einige Stars, wie zum Beispiel, also was heißt Stars? Im Gegensatz zu einer anderen Mannschaften wahrscheinlich die wenigsten. Aber Memphis Depay ist der bekannteste Spieler von Olympique Lyon und altbekannt. Ich mochte ihn eigentlich schon immer so. War immer so ein Spielertyp, den ich sehr mochte. So ein kleiner Wirbelwind, so dribbelstark, abschussstark, torgefährlich. Ja, absolut. Der ist auch so, finde ich, so der Leader des Teams. Er macht die anderen selbstbewusst. Er strahlt auch was aus. Also der kann auf jeden Fall gefährlich werden. Aber ansonsten muss man einfach sagen, die individuelle Klasse liegt heute mehr als nur safe bei den Bayern. Ja, das kannst du ja nicht vergleichen. Ich habe jetzt die Kaderwerte nicht vorher gegoogelt. Aber ich schätze mal, da sind Welten. Da sind einige hundert Millionen dazwischen, würde ich jetzt mal behaupten. Und klar, sie haben auch noch Toko Ekambi vorne. Sie haben einen Aua, ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen, der ja aktuell sehr aufstrebend ist. Korné auch. Also sie haben gute Leute. Die können schon kicken. Ich meine, du kommst nicht einfach mal irgendwie durch Zufall ins Halbfinale. Und vor allem, sie hatten jetzt ja auch nicht so Glück, irgendwie so ein bisschen Atalanta, Bergamot, RB Leipzig. Nein, sie hatten ManCity und Juventus Turin. Das ist nicht nichts. Und wenn du diese Mannschaften schlägst, dann musst du gut sein. Trotzdem kurios, dass sie einfach das internationale Geschäft haben. Ja, also ich finde gegen... In der Heimischen Liga, meine ich. Ja, also ich finde gegen Juventus Turin haben sie sich gut durchgesetzt. Bei City, fand ich, haben sie ein bisschen Lack gehabt. Ja, Lack gehabt brauchst du. Du brauchst auch ein bisschen Glück, so als der Kleine, sonst kommst du da nicht weiter. Ja, gegen City war es ein bisschen Glück. Eine Schiri-Entscheidung, wo du sagst, hättest du nicht getroffen, hast du mir erzählt. Klar, und dann trifft Sterling diesen Ball nicht und schießt ihn gefühlt ins Weltall. Ja, es kann passieren. Aber sowas brauchst du als Kleiner, als der kleine Underdog. Wir wollen doch die Underdogs sehen. Und trotzdem heute, übrigens, MAP hat gesagt, Jimmy, MAP hat gesagt, er wünscht sich Lyon im Finale, er will die Bayern nicht. Tja, ja, ja, der kann viel sagen. Aber ich finde, so zwei französische Teams im Finale wäre schon langweilig fürs Fußballauge. Ja, da kann ich auch Coup de France gucken. Ja, absolut. Aber er hat schon recht, so sehr Farmers League ist es nicht. Die haben sich schon gut durchgesetzt. Das stimmt schon, das stimmt schon. Und ich glaube auch, MAP, wenn wir ganz ehrlich sind, der hätte natürlich lieber Lyon, weil er weiß, dass die Lyon eher schlagen werden, als die Bayern. Absolut, ja. Aber stell dir mal vor, Lyon macht es auf einmal. Lyon schlägt erst die Bayern, kickt die erst raus und am Ende noch PSG. Das wäre ja Wahnsinn. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Wie ist das eigentlich, wenn du die Champions League gewinnst? Spielst du im nächsten Jahr dann wieder Champions League? Ja, wenn jetzt Lyon nicht gewinnt, dann dürfen sie in der nächsten Champions League, ja, nicht mitmachen. Ja, aber ich meine, wenn du die Champions League gewinnst, weil ich meine, wenn du die Euro League gewinnst, spielst du in der Champions League. Aber ist es auch, wenn du die Champions League gewinnst, dass du wieder in der Champions League spielst, auch wenn du es eigentlich nicht hättest? Das weiß ich gar nicht. Doch, ja, ist so. Ist es so, ist es so. Okay, wenn Schemi das sagt, dann gut, passt. Gut, aber jetzt, Schemi, will ich von dir noch den Tipp wissen. Das wollen wir ja eigentlich hier tippen. Lehn dich aus dem Fenster, Schemi, hau was raus. Und danach können die Leute sagen, ja, der Schemi hat keine Ahnung. Also, vielleicht, er hat Ahnung. Ich glaube, es wird ein 2 zu 0 für die Bayern. Ich glaube nicht höher, weil ich glaube, Lehn wird sich einfach, wird hinten barrikadieren müssen. Sie haben nicht so Offensivkräfte wie Barca. Barca konnte selbstbewusst auftreten und haben dafür leider auch was kassiert. So sehr hätte ich es mir auch nicht gewünscht. Aber damit ihnen das nicht passiert, ganz allein diese Klatsche nicht, werden sie hinten sich verbarrikadieren und auf Konter setzen. Das bedeutet, sie werden dann nicht sehr viel weit vorne rumpreschen können. Aber Barca wird sich durch die individuelle Klasse durchsetzen können. Deswegen 2 zu 0. 2 zu 0, okay, ich würde mitgehen. Ich lege noch einen drauf. Ich sage 3-1. 3-1 geht es aus. Ich glaube, irgendwann muss León so ein bisschen aufmachen, wenn sie dann ein, zwei Tore gefangen haben. Deswegen, ja, ich sage 3-1, Schemi 2-0. Euer Tipp in die Kommentare, liebe Freunde. Wir freuen uns nachher auf den emotionalen Fußball-Talk. Schemi und ich werden am Start sein. Euren Tipp, wie gesagt, in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt, ihr haltet den Ball richtig. Flach.